Norddeutscher Rundfunk 2021 Hoi Michi, wie geht's? Du Alex, ganz gut. Ich bin wieder mal im Homeoffice. Die Agenda ist wirklich voll. Ganz Tage Meetings, eins nach dem anderen. Wie geht's eigentlich dir? Ah! Happy Birthday to you! Da, 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 ja, Gusi! Herrlich! Ich bin heute auch im Homeoffice und alles gut, hier ist zum Glück nicht viel los. TV-Nutzung in den schwierigen Zeiten, wie sieht die aus? Ja nun, am Anfang war es bestimmt Information gewesen, was insbesondere überwiegt hat und konsumiert wurde. Aber jetzt auch über die letzten Monate ist das Thema Unterhaltung immer stärker konsumiert worden. Und, äh, letztendlich hat das zu einem gestiegenen TV-Konsum von nahezu 10 Minuten geführt. Aber Alex, ist heute nicht Screen-Up? Äh, ja, und zwar in 20 Minuten. Okay. Typisch Homeoffice. Sorry, Michi! So, können wir weiterspielen, Michi? Ja, okay. 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 So, Herr... Okay, wir müssen sie weg. Okay, wir müssen die Straße weg.